Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem fünften Spiel in der laufenden 99 Damage Liga Season. Wir haben heute gespielt gegen das fünfplatzierte Team Jumpscare Esports. Gespielt wurden die Maps Mirage, das war unser Pick und Jumpscare hat sich für das 2 entschieden. Viel Spaß mit dem Match und wir sehen uns im nächsten Video. Geht mich aber nichts an. Ok. Das geht aber direkt los, Alter, nochmal rein. Und viel Spaß. Viel Spaß. Ah genau, ich muss Demo ja nochmal neu machen. Ja Demo, ja. Rekord Poops 1. Ready, ok. Kann mich einer runboosten? Ich bin hungrig. Jo. Das hier rechts. Ok. Und los, es geht mal wieder los. Es geht schon wieder los. Kommen die überhaupt Action? Ja, ok. Kommen. Hä? Und hallo? Also, du holtest die Hit. Hallo? Und rüber. Oh ja, geil. Ach man, scheiße. Ich fosste mich in den Fallfeld. Ist dein Hit? Ja, das ist weg. Und vor? Ja, nix. Wir sind weg. Ja, beide Full-AP. Erik lässt sich schön mal wegschicken. Ja, Erik lässt sich weg. Ja, die laufen safe vorbei. Lol. Ne, oder? Ne, oder? Ne, oder? Der hat auch low. Schade. Das ist witzig, ey. Das war ja klasse. Anja, fotzen. Chase-T-Seite. Bro-Gamer ist auch sein Tecma-Raf, Mann. Das irritiert mich. Ja, die Stain. Vielleicht ist Bro-Gamer aber auch ein dreister Stand-In, der eigentlich gar nicht in seinem Team ist. Der macht jetzt dreister. Es geht dann mal rein. Er geht jetzt los. Einfach Nookie. André. André, Bro-Gamer-Udrich. André! André, Bro-Gamer-Udrisch. So, was ist eigentlich davon jetzt mal ein Pistol zu gewinnen? Nee, das ist ja lächerlich. Da ist doch einfach mal der Taser bei einer Pistole. ich kaufe ich kaufe ich kaufe du siehst du auch genau warum ich sage jetzt schon 1 ah ich krieg 1, das habe ich doch gesagt voll gecolt einer doppelkiste und einer aus garygis hol den tausend dollar koi mit dem geht rein schöner klick einer down der ist schon in jungle reingepusht bar dogs kannst connect da kommen holz spot 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 zieh mal rum haus schön jungle, jungle drin schöner headshot nice der koi ist es bei paradox der kann action von hinten kommen kommt wahrscheinlich auch zählte frei ach der ist sofort jungle ganz hinten ein wilde zoon wir haben eine piste geholt die anti-egos war die war überhaupt eigentlich schon ja erst mal b um pb 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 im pb er ist Der castet das aber, dann feiert der uns dafür. Das wird lecker. Geht das? Ja, safe. Wenn alle Banger einfach irgendwas... Wir können auf meinen Kopf, ja. Von hinten kommt einer. Links, linke Seite. Und der andere? Hat einer von euch Sound? Ich hör das nicht. Die führst glaube ich schon, oder? Man, die kommen gar nicht. Der kittet! Keiner kittet. Was ist denn das, Alter, die saven? Lass das aber gleich mal seriös machen, wenn wir das schaffen. Werf doch weg. Wir sind zu dritt, Alter, und save mal rein. Fuck, wenn wir gleich krasse Waffen haben und auf B kommen, lass das wirklich mal machen. Da feiert er uns für den Teufel. Noch mal B eigentlich? Lass es nochmal B machen, dann habt ihr doch AKs. Ja. Gebt mir die Bombe, ich hab noch OMP. Das sind wirklich, ich lass irgendwie gleich zwei im Haus bleiben oder sowas, die ist safe. Ja. Geh mit auf Spot, ich hab OMP noch. Ich flash raus und gehe LKW durch. Der lass halt erstmal alle einnehmen. Nein, nein. Die Flash war kacke. Ritt meine Haus? Hallo. Ja, wir können halt zurück, ist voll egal. Spot, irgendwo Spot. Down. Legen. Bänger rein. Komm, Bänger, kommt Bänger, kommt Bänger. Kommt alle Bänger, kommt wirklich alle Bänger. Einer ist schon vor der Küche? Ja, egal, kommt Bänger. Naja, ich halte die noch auf, dass ich... Ich geh eben nach hinten, du umgehe. Ja, genau, ja. Wir sitzen da kurz. Wie siehts an? Die speichern doch jetzt nicht wieder, oder? Ich hör nicht einen Step. Die sind zu viert, die speichern. Ne, die kommen kurz. Lass die bitte auf den Spot, komm bitte, wirklich. Arsch. Der über mir, weißt du ungefähr, wo du bangen musst? Naja, ja. Aber ich weiß das von der Höhe nicht so richtig. Ich spray einfach rein. Ey, sag nicht dieselbe wieder, Alter. Ja, das ist wahrscheinlich nicht. Mann, von hinten, von hinten einer. Mann! Mann! Jetzt mal ohne Scheiß, wisst ihr jetzt, dass man... Mann, ich bin auf dem Brauch, Alter. Ich überleb wieder mit 2 AP. Wisst ihr nicht, dass man die Bombe jetzt schärfen muss? Mann, Alter, scheiß Arschlöcher. Das war 4, ein 4er Retake und die kommen einfach nicht auf den Spot? Ne, ich bin einer, bitte. Nochmal B, komm, Alter. Jaja. Das ist so low, Mann. Jede Runde B, okay? Das ist 4 gegen 4 und die versuchen nicht mehr zu retaken. Was ist das? Hier, nimm mal Bombe. Ach, Mann. Ich hab raus geflasht. Und Spot. Noch einer Side. Noch einer hinter Spot. Kurz noch. Und einer Küche. Küche AWP. Ja, hinterm, rechts ist Schwange. Der ist vorm Mülleimer. Und der Smoke hier irgendwo vor der Bank. Ja, kannst legen für Banger. Ich hab dich safe. Wo, wo, wo? Leg doch. Kurz. Ja, ja, ja. Window, AWP. Kann ich legen. Du musst mal smoke. Noch einer kurz. Noch einer kurz. Und der andere war mit A war window. Wo da schon L. Eieieiei. Nette Reaktion. Richtig weh getan. Richtig weh getan. Alk ist noch drunk. Ja. Ich hätte Smoke für A oder sowas. Ah, ich. Freddy hat keine. Ah, doch. Ich mach Treppe. Ja. Äh, hier mach ich. Jungle. Dann mach ich Zettel oder was? Nee, ich kann Zettel. Okay. Und dann aim ich ab. Boah, Alter. Wollen wir gleich werfen? Die haben abgesmalkt. Warte noch. Hier ist einer unten ab? Ja. Ich bin close. Das ist bei 35. Warte, warte, warte. Okay, jetzt weg. Spot. Einer linkser Spot. Nee, nee, zweites, nee, zweites, nee. Ich bin nur blind. Da sind zwei. Jungle liegt keine Smoke. Jungle liegt keine Smoke. Warum nicht? Ja, mein Game ist gecrashed. Einer unter Holz. Ich glaub ihr habt zwei Treppe gemacht, oder? Kann das sein? Alter, ihr Fotzen. Ich geh einfach so raus. Einfach nichts. Unter Holz, glaub ich, noch einer. War der, glaub ich. Jungle. Noch einer. Mit A. Flash mal Jungle, Paradox. Dann gern Erik kommt sie. Das ist immer noch Jungle. Das ist rein, Jungle. Flash auch einer. Jetzt kommt die Flash. Jetzt kommt die Flash. Genau, Jungle. Rechts. Ihr habt noch Smokes. Kann CT smoke, Erik. Und link. Connector. Auf jeden Fall, oder? Steht die Aufklärung. Mann, Lome. Sag doch mal an, wo der ist. Ja, ich wusste es doch nicht. Meine Connector habe ich doch gesagt, das ist alles. Ich wusste. Der CT. Hast du den CT nicht gehört, oder? Das ist weird. Okay. Springt halt da hoch. Jetzt kommt die zweite Treppe. Der war ja auch nicht schlecht. Der Move. Das ist schlecht, alter. Süß. Aber Freddy. Freddy wirft halt weg. Er ist halt bekannt. Kannst du mich mit Run boosten, Erik? Ja. Ist vielleicht fürs Fenster. Jetzt pass auf, der Move klappt und der ist nicht drauf. Im Cast. Freddy? Die ganzen irgendwo, oder? Ah ne, seid ihr. Nix. Können wir ruhig B machen, Erik. Jetzt kurz durch. Ich kann einen hoch boosten, ja. Kurz steht. Ah, einer U-Lauf. Kurz am Spengel. Kurz, ne kurz ist zurückgelaufen. Nix. Das war ein Dünner boosten, Mann. Ja, der ist kurz. Ach, Mann. Und Spot. Und Spot B irgendwo. Nix im Dünner. Safe. Mit A oder so. Ja, links im Dünner. Kurz vorne noch. Also A, einer mit U-Lauf. Und einer mit Un-Hit noch. Nix. 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 Wollen ich noch kurz. Nix. Ne, oder? Ne? Oder? Nix. 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 Ich kann eine bestellen. Ich habe nichts für A. Ich habe nichts für A. Stell mal eine A ruhig rein. Ich habe Smoke für A. Dann speichere ich euch ab, wer was macht. War doch vorhin schon bekannt, wer was macht. Nein. Ihr habt beide Treppen gemacht. Nein. Ich mache jetzt Jungle. Wartet mal, wartet mal noch, dann gehe ich raus. Was ist bei 30? Was sind nun? Ich bin halt schon Spot. Ich glaube zweites Ninja Egg wieder. Holz, down. Jungle. Treppe. Alter, was ist die andere Seite. Nice, my boys. Nicht für Banger. Nicht für Banger. Ja. Ich bin close. Connector, brauche ich nicht flaschen. Ich bin auch close. Mein Name ist Klaus. Ist Klaus. Von hinten vielleicht. Jungle ist frei. Flash nochmal CT. Cook Action rein. Speichern oder Comfort? Flash nochmal CT. Ist da was? Ja. Mann Felix. Mann Felix. Ich war jetzt ins Nichts. Was ist ins Nichts? Du bist einfach nur geistig verwirrt, Mann. Mitte down. Mitte Low AP. Ja, letzter Mitte. Das hat gar nichts mehr gezeigt. Wollte mal. Rechts, rechts. Der rennt weg. Der hat Ulo. 10 AP oder so. 3 AK-Hits. Glaub ich gehe ja down oder? Ne. Das ist so geil. Und ab. Und ab. Und ab. Da oben hinten. Die haben. Wieso haben die denn ne Aave? Mit knife. Die ist noch ok. Ich molly doch noch nicht. So abgefuckt von. Ich smoke mal eh. Wundo. Hm. Good stepped. Neckt da dran. Neckt da dran. Und zwar schon kannte. Kerrigan. Basebot, ne. Erstmal Winter boosten, oder? Hey, war hier grad nicht einer für mich? Jojo. Ja, ich bin kurz da rein. Ich booste. Was ist das so, Alter? Warte, ich flash noch. Ihr blockt euch nur gegenseitig weg. Das ist eh nichts zu sehen. Und die Teamflasht das Jahr 1000. Auto-Called. Auto-Called. Braucht man CT ab, lieber. Anni CT is made. Mann, ich sehe hier nichts. Ich kann gleich einschlägen, glaube ich. Kerrigan. Heiner Kerrigan. Action. Heiner Action, run down. Flick für kurz. Da kommt, glaube ich, auch mit. Ganz Nive. Ganz Nive. Ganz Nive. Ganz Nive. Ganz Nive. Ganz Nive. Speichert wieder, oder? Brauchen wir noch ein bisschen sein aufpassen. Danke. Aus bestimmt. Aus brennt er gar nicht kommen. Alles ist er nicht Macht den hier, glaube ich Na, Mist, ich guck da nicht Kommt ein Paradox, glaube ich, bei dir Der war oben am Fernseher Boah, der Bro, Alter Oh, der Bro ohne Tech Der kommt ja doch mal Habt ihr gelegt, Fibu, Fibu ja noch Wollen wir mal B mit Smogs? Keiner Dann smoke ich nur Spot Oh nee, smoke kurz, falls wir für Banger nehmen wollen Ich kann kurz smoken, wenn du wirst Kannst du was anderes smoken Dann mach ich Erik Smog für Fenster Wenn ich nur noch raff War die von hier oder von vorne? Von links, sorry Musst links ins Eckchen, hier Da War das direkt, oder? Ja Küche, Jumbo Kriege Headshots durch Smog, Alter Das ist so lächerlich L und Küche L und Gwendo Kannst legen für Banger So ein Klaus Bombe, Bombe Lkw, hallo Leg für Banger Leg für Banger Leg für Banger Leg für Banger Ich bin raus LQL kommt gleich Lass die mal leben Jetzt müsst ihr bei euch kommen Mann, Alter Mann, Alter Bei Haarzeit Und Hu Gneko, oder? Der eine hat irgendwie nur USP Ja Einer hat vielleicht noch eine Waffe Mann, ich will einmal Okay, aber den habe ich schon geholt Der war untergrund Einmal den Banger klappen Alter im Official Ja, die kommen halt nicht so sehr kacke Ja, die kommen halt nicht so sehr kacke Ich smoke wieder Ich mache wieder die Eric Smog Einfach drauf und legen uns zurück Ah, okay, die haben Waffen Warte, dann mache ich die kurz Smog Warten Ja, ist der Kolder, Mann 30 müsste passen, oder? Dann lass sie noch ein bisschen länger warten Alles bei 20 raus mit den Oschis Von wem ist die Smog da auf dem Dach, da Die komische Ist geil, oder? Guck mich an Oh, vom Gegner, oder? Kurz Smog liegt Ich flash window Und auf No blind Auch no blind, no US Was macht ihr denn? Durch, durch Ja, du bleibst stehen hier, Paradox Einer kurz und am Pim, hier Ja, wir können nicht kommen Ja, wir können nicht kommen Einer von euch Untergrund War ein Molly von denen Jetzt für Banger, liegt für Banger Wo, wo, wo noch Eric Ja, ich versuche, ich versuche Aber kurz ist noch Kurz, Ulo An Paradox muss mal gehen Man, alter, das macht keinen Bock So, alter, lass mal jetzt doch normal spielen Ja, mach mir doch, ein Paradox Bleib halt stehen Einfach Ja, da war halt einer Ja, wie, da war einer Kurz noch Ja, hier ist doch einer Da kommen wir in der Runde jetzt hier, Mann Kurz, beide kurz Ach so, der ist in der Faller In der Faller ist der Ja, komm, Eddie ist präsent Ja, komm Eddie ist präsent Aber auch mal was Die ist weg Und mal ein Popflash aus dem Fenster Gute Nate Na ja, 20 Sekunden Warum liegt auch im Spot? Trotz immer noch, Fäller Ja, dann müssen wir dann Vorwärts laufen, nicht rückwärts Man Das glaube ich auch nicht War halt schon auf dem Spot Ich weiß nicht, wo ihr wart Ja, Paradox läuft einfach rückwärts Was war denn da jetzt meine Schuld dran? Alles, alles Du bist rückwärts gelaufen Ich bin stehen geblieben An dem Dings Ja, okay Ich will einfach nur wissen Von wem war denn der Molly Er war von mir Und dann habe ich die Nate gefällt Weil Paradox rückwärts gelaufen ist Ich bin Sonst werden die nicht rübergefloppt Ja, drauf auf dem Spot Nicht stehen, Junge Kann noch keiner mit Zweiherkiste Nächstes Mal stehe ich an Oh, Close Action Support Ich bin blind So, durch da, durch da Dann eine Flash irgendwie für den Spot Treppe, Treppe, low AP Treppe, Doppelkiste, Doppelkiste, Anna Doppelkiste, noch Links Doppelkiste, down Treppe, noch low Versucht CT zu smoken Die Flash-Stange, guckt weg Ich leg CT Standard Oh, ich hab ein Fahnes Ich habe meine Collector smoken oder so Flash CT rein CT ist Anna Flash Connector Der hat kein Equipment mehr Ich hab einen Nate gepickt Gott, wenn ihr irgendwas wisst Und der andere Connector oder so Doch, der war ein Step-Safe Nate, Jungle Zählt ihr auf, Kerrigan? Hat U-Law, hat U-Law, hat Law Bring mal in die Piste rein Er macht sich weg Echt? Ja Ja, stich den ab Na ja, klar Der goldene Koi Ich kann legen? Nee Kann auch noch eine legen Ich mach schon Hab Oh komm, nochmal B mit Smokes Aber lauf hin Dafür flash ich ja Damit man durch kann Und die nicht sehen Yes Machst du wieder kurz? Ich lauf durch nicht Die haben nicht viel, oder? Ich smoke direkt kurz Lass echt durch Die haben nicht viel Cash Komm, facken, facken Flash kommt On-Spot Garsen, Garsen Einer auf Kanzler Wum, wum, wum Wenn Ich versuche für Banger zu legen Kann ich Support kriegen? Wollen wir nicht für Banger? Zurück, 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 zurück Zurück, zurück, zurück Rück, zurück, zurück Jetzt alle, wirklich alle Rück, Zug Rück, zurück, zurück Alles zusammen Bitte kommt, Leiner Egal, scheiß drauf Die müssen noch mal kommen jetzt hier Jetzt sage ich nicht, die kommen alle von hinten Mann, nie klappt's Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, Alter? Der geht einfach down Der geht einfach down Bitte sag mir, der probiert es wenigstens Ja, der bricht ab Mann, das kann doch nicht sein Habt ihr Ninja gecheckt? Nö Ich bin wieder Aho, ist halt absoluter safe vor Wir are going to do this Ey, das ist gar nicht sein Fünfmal für Banger gelegt und dann kommen die einfach nicht Nochmal, komm, Alter Steht nie wieder zu fünfter Du musst die halt auf dem Spot halt erstmal holen Ja, das klappt ja Und nach Sabern halt auch schon wieder direkt Ja, aber warum halt? Ich muss halt nichts Die brauchen halt rund Die haben vier CT hier unten Nochmal schnell, oder? Die smoke wieder kurz Ja, ja Untergrund, Untergrund Ne, der kommt wieder hoch Okay Ich hab schon gesmoked Wo ist denn? Window Flash kommt jetzt Und drauf Stop B ist komplett frei Ja, ist echt frei Kannst du für Banger legen Leg diese Nutte für Banger Und kommt dann zurück in die Kacke Keybase kommt geschoben Ja, ich kann hier Geh weg, geh mal komplett weg Ja, komm, Banger Komm, Banger Komm die trotzdem finden Das bringt doch nichts Ja, aber doch nicht alle Das bringt doch nichts Oh ja, der L kommt Ja, drück nicht rein Wer ist denn der Bruder Oh, lass dich holen Lass dich holen Ich lass mich umdrücken Ja, lass dich richtig Ich tue so, als hätte ich Schweine-Aim oder so Ja Oh, ich kann den nicht treffen Oh, ist jetzt ruhig Ich brauch Sound Ich hör nichts Kettet, haltet rein Ich hab gelockt Der andere ist da auch Der ist da auch Der ist da auch Nee, der ist kurz Aua Nice, Mann Ist der kurz? Ja, der ist kurz weg Hast du auch reingeholt, der Paradox? Bitte? Oder hast du gar nicht geblankt? Nee, ich hab den auf dem Van geholt Okay Mann, geil Nice, my boy B, klappt halt Du kommst Ja gut, da war jetzt halt auch grad gar keiner Überhaupt niemand Ja Lass noch mal Einfach drauf, man Die können halt auch nicht zurückschießen Na Ich muss mal kurz wieder Kommt nicht Scheiße Anna kurz Was liegt denn hier für Smokes, Alter? Ah, der hier kommt einfach nicht mit Warte, Mann Low Team Kurz Connector, ist was drin? Vielleicht unterm Window oder so Schön Die Nate, keine Ahnung, wo die her kann Ausfrei Ausfrei Die second B Nee, Connector ist irgendwas noch gewesen Ich leg für Bänger Spot Ach, Mann Ich hab Bombe verloren Ich hab Bombe verloren, Erik Gange Gange Echt? War da noch einer? Ja, Gange War das noch einer? LKW, Truck letzter Letzter Mach ne Double Nate Warte auf Felix Warte auf Felix noch oder so Der ist da gut, der ist da noch Der ist da gut, der ist da noch Hinterm Truck Mach einfach Double Nate Truck Wombe liegt für Bänger Kann sein, dass der vielleicht Bänger geht Wombe liegt nicht Ne, die ist halt down für Bänger Kann sein, dass der Bänger geht Loll Hey, der kam aber noch Geil War nicht, oder? Ich glaub, der ist echt Haus Felix hat noch alles an Granaten Der ist safe Haus Naja, der bangt Achtung Bang einfach mal oben durch die Rotter Ja, ja, siehste Der war da, der war da, der war da Nicht da hinten Close schon, Freddy Dann baton nicht hoch? Eddie, hä? Was soll denn das? Nicht springen Als ob der dich facet Das ist echt, oder? 20 Sekunden Kannst du halt nochmal arbeiten Die Runde Da war er, rechts Da war ich da close, hast du gesehen Dann muss man doch Oh, Alter Ich dachte, er denkt er, dass du fakes Wie kann man? Ob der denkt, dass du fakes Ja Spor und Drop Kannst du legen, Freddy? Aua, mein Finger Legen wir mal nur, okay Die haben 5 Runden, das ist schon so behindert einfach Ja, ich will Smoke Treppe Ich geh direkt auf Madfrag Ich geh direkt auf Madfrag Ich weiß nicht, wie die decken kann Ich glaube, Unterholz Ich hab keinen gesehen Ich glaube, Unterholz Ich hab keinen gesehen Treppe ist was, Treppe ist was Check mal Unterholz, richtig Geht ihr mal irgendwie Smoked Oder so D4 Bänger Äh, Connector Ich nehm CT ein, wie den Arsch Einer Treppe Gute Hälfte Mein Finger fängt wieder an zu siffen Arsch Nur ein Taser, Alter Sollen wir noch Pistole mal stecken? Pistole safe Hauptsache nicht letzter Ich hab ne Premium Straight Wenn die klappt, geb ich jedem von euch 50 Keys Wir kaufen alle Und wir stacken einen Spot Und versuchen alle Ninja zu machen Der ganze Spot ist gesmoged 50 Keys, wenn das klappt Ja, lass A stacken Ja, A oder B, wo die kommen Wollen wir alle auf einen Spot? Ja, das ist der ganze Spot Ja, A oder B Ich weiß nicht, ob die B rushen Das heißt 50-50 Ja, lass poken Ja, lass, wenn dann B poken Ich glaub eher A Oh, ich hab die Smoke vergessen Ich hab zwei B und drei A oder so Ey, wenn alle ein Wenn dann zusammen retaken Ich hab keine Smoke, fuck Aber ich hab vielleicht Ich hab smoke und Kids Ich hab keine Smoke Ich hab zwei Flames und einen Kids Die Anti-Ninja So, fuck Das wäre Vielleicht machen die Safe und Go Oder so mit Smoke Das kann man noch nicht sagen Und wenn wir B retaken Einfach Spot Smoke und E drücken Ja Connector, Connector Bitte Ich darf doch nicht alle zeigen Ich darf ja nicht schießen, Alter Doch Ja, die kommen jetzt B Lass halt Oder? Die großen doch Wo war der Glockschuss? Warte Ja So habt ihr Smogs Warten, warten, warten Werft ihr aus dem Fenster auf den Spot einfach Und dann raus Ich hab ne Flash Ja, smokey Ja, smoke mal Spot Warte, lass das mal in die Küche rein hier Hallo Ja, smoke du tief nochmal Ich flash an den Spot Smoke tief So, Flash kommt Und komm einfach drauf mit E Ja, der ist im Eck Unter uns, irgendwo Ich kitte? Ich kitte? Oh Schade Na, Taser, Eco jetzt Taser, Taser, Taser Taser, Action rein Ja, ich kaufe ne Flash Flash, Action rein Wir tasern Solle wegwerfen Lass die halt einfach reinlaufen Das hat irgendwo close Ecke stehen, Alter Ja, ja Flaschen ist halt So Lass die Rotte auf, ja Ja Haus oben, oder? Lass mich mal hoch Action steht was Ah, geht ab Anfällig ist ja sieglich halt, wenn du da rumklingst E Rüder Ich höre wirklich gar nichts, B Die bauen vor A auf, glaub ich Soll ich schieben, oder bleiben? Ne, bleiben wir Ich glaub, die smoken gerade Niemand hat, glaub ich, grad ne Granate geworfen Aber die war, die ist, äh, Window, die smoke, glaub ich Action Ah, Flash, ja, ja Okay, ich schieb Aber die, kommen wir noch nicht Ah, fuck Nein, da muss man Connector eigentlich machen, äh Das ist wirklich kacke Kurz, Step, scheiße Netter, Fake Die Ghosten, oder? Ja, das ist einer Step, glaub ich Ja, das ist einer Step, glaub ich Mitte, Mitte drin B Mitte oben noch was, am Stuhl, glaub ich Naja, das ist B Bommel B down Ist B, Freddy, safe Habe ich da irgendwo noch einer? Äh, ey, wenn ihr das mit Taser retaket, dann das Werte macht Kurz, 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 kurz Mann, mein Taser schießt nicht so weit Oli Taser kills Musst halt Banny hoppen Rechts Nein, ich Wieso schießt ihr das nicht auf, Mann? Ich nicht zu haben Ich hab, ich hab keine Wünste, Oli Graf, Mann Ich bin da raus, wie ne Irre, jetzt ne Taser Oh nein Noch ne E-Corner Ähm Noch ne Taser Alter, fuck, wärt ihr denn auch alle B gewesen, da hätten was gehabt? Weil die kamen erst 30 Sekunden vor Schloss Ja, die haben halt übelst gefaked, da waren, glaub ich, alles ausgeschlossen So War richtig krass, Alter, da war richtig krank Let's go Ich hab hier mal Untergrund mit Zeus Und die Rotteraffen hier Boah, ich war ein Wurde zu Ich steppe Action steppt auch Weiße, ja, Untergrund, hat mich gesehen schon Da oben Ah, er kann ja schon im Jumper gehen Na ja, glaub Wo war die Flash? Mitte Nuki irgendwo Darf ich gehen? Darf ich gehen? Ja Untergrund, zwei Stück und Mitte, noch einer, drei Mitte Lass nicht, aber Ultra Zeit auch Connector kommt Ja, Red Connector hoch gleich Bar Dogs, pass auf Ja, Red Connector hoch gleich Noch einer mit Ah, schalte Einer Haus, Rest Connector Ähm Da kommt gleich auf die Kiste Oh, der 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 kommt gleich auf die Kiste Wie ein übelst viel über Mitte Oh, nein Alter, was war das denn? Endbehinderter Was ist alles seit der Welt, fuck Alter Mach den raus Gibt's jetzt echt nur einen Meter laufen, Mann Da haben wir keine Ahnung, der hat gepanickt Aber die lassen sich für eine Mega Zeit Die warten irgendwie, dass wir pushen oder sowas Ja Ist der Untergrund, Felix? Ja Hm Na, die raschen eh nicht viel Smoker 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 Grenade out Ich kann, ich kraft die nicht, Alter Die so immer rumschleichen Das ist Braust du Port B? Er ist B Vielfach B Mitte um zwei, drei Stück Mitte Ich schieb weg, ich geh nach B Kurz kann kommen Connector auch Kurz durch, zwei Stück Noch einer kurz durch Ja, kurz einer Vielleicht Mini-Döner Ja, der ist Mini-Döner, glaub ich Ja Also, dann kann ja A Eigentlich kann der mal sein, oder? Ja, da waren doch zwei kurz gerade, oder? Einen hab ich geholt Noch einer auf B What the fuck, der hat mega low Muss einer Mini-Döner sein Ich hab einen auf B geholt Und du hast auch einen geholt, oder? Ja Der geht nochmal zurück, A Zwei Ja Ja, aber der B mit Bombe gerade war, mein ich Kurz ist nämlich keiner Ja, B, jetzt seh ich nix Die kommen safe nochmal, A So wie die spielen gerade Ich schieb nochmal ZT kurz, warte Ja ZT, also Alter, das ist Navi, Mann Das ist so nervig, Mann B B Was, der rafft Wie rafft der mich da? Da hat der mich doch gesehen, fuck Waren belegt Das ist so nervig Aber war nur eine Haus, das andere ist kurz, glaub ich Warte mal noch, Freddy Kurz irgendwo Kurz unterm Window, glaub ich Ja, schön Jetzt, Freddy mitkommen Ey, schön Ja, wie Gitte, Gitte, Gitte Wie hat der mich denn da gerafft gerade, Mann? Er hat vielleicht das Das ist Das Geräusch gehört In der Flash Ja, stimmt Der ist doch noch gar nicht aufgesprungen Ne, das hört man vorher Hört man doch, wenn die droppt Ja Ne, du hörst das, wenn Wenn der die loslässt Ja, diesen Song Auf Waffe Ja, ich lege gerne Ich brauche auf Erik muss abgeben Was für B oder A? Ne, war für mich Ich dachte, er wäre halt weiter hinten noch Untergrund Hier B Ich schiebe nach B Mitte war nichts, schon leider Ja, raus vorne Bist du LKW? Wo bist du denn, Felix? Polen Asmogs Ja, ich bin noch Flashes Ein Appenso Ja, dann Hallo Ich hab das mal Neu Ich hab auch schon durch Smoke, Alter China müsste nach Low hauen, glaube ich Get right Get right hat Low Get right hat Low Geh mal Freddy, geh weg Geh mal um, Felix Get right, let's go Er ist Tetris jetzt Schönen Schönen Ultrales Smoke gegeben da gerade Ja, ich auch Dachte zuerst, du stehst halt auf dem Spot, Freddy Ne, ich Deine AK legen Ich wünschte, du könntest den Damage sehen, den du gegeben hast, Mann, das war safe feel Ja, du hast echt gut angehippt Ja, du hast echt gut angehippt Ja, du hast echt gut angehippt Oder die Maid hat gesessen vorher Oh, Mitte könnte kommen Ich glaube, der kommt auch Komme Ja, Mitte und links Einer da A Flash Rechts noch Mitte Untergrund 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 Mitte oben war noch ein Shot Ja Boah Gott Beide? Action Action, letzter Ich habe Low HP, oder? Na, Freddy face nicht, weil der Land hat schon Low Ja, warte mal, Bombe ist wo? Mitte oben Mitte oben, ja Kann der Jungle rein? Ja, der kann jetzt Jungle rein Ja, der kann jetzt Jungle rein Oh, Freddy, kommt da jetzt Oder was? Na, ich geh mit Mitte hoch Der kommt ja nochmal über Mitte dann Ich habe nur Connector im Blick Wer ist so, wer ist so? Kannst ein Window dann auch kommen Ausweich gleich gucken, Freddy Der ist im, äh, Connector, ich geh aber weg Der hat Window gesmoked Da bin ich da drin Ja War Connector drin, hallo Connector runter Der ist schon close unten Nee Die ist spät, die ist zu spät Halt zum Glück Der erhebt die AK auf, Alter Scheiße Der hat eigentlich weg sein müssen, Alter Naja Ich hab nicht gerafft, dass der schon so close war Naja, die gasen nochmal ultra rein halt Kann ich viel Geld haben Und so, auch immer so Ja, spielen die halt mega langsam und dann gasen die halt ohne Kompromiss Der ist mehr Ja, ich komm zu pforten Noch einer hinterm Container, bitte Der war vor euch Ja, push mal vor, ich hab dich Der war vor euch Jetzt da runter, ich hab Nice Ok Ich probel mir das nochmal an, wie du da Hast dir schon mal mit der war eine flash mit einem hp mitte ja kurz kann kommen ich schieb nach b connecter kann auch kommen das mecker mecker das war immer noch mal der fieber du kannst kurz durchkommen lassen hat das dann Alter, die Nerven, Mann! Alter! Untergrund! Untergrund steht! Mitte, Mitte 4. Connector kann nicht kommen. Die boosten vielleicht. Die machen Slit. Bomba Down im Connector, da ist noch einer drin. Rechts im Connector, von euch links. Connector dran noch. 1, 1. Ah, 2, sorry. Action! Ach, Mann, der ist da unten. Der ist da unten. Mann, A-Warn, hitzackig. Kann einer an A-WP legen? Ja, ich kann A-WP legen. Okay. Einmal B gerushed, nicht einmal. Ja. Ja. Über schneid mich. Scheiße. Ach, jetzt kommt Palace, Mann. Red your flag. Er war noch ganz weit hinten. Einer nur, wir sehen. Ja, ist aber A, B ist nix. Außer Mitte vielleicht halt auch keiner. Ab hier hast du ihn schon durch. Die werden die vielleicht sogar... Action. Action steht. Die werft tiefen Action mal auf. Vielleicht auch nicht. Smoke. Du hast bei. Fuck jetzt einfach mich ab, Mann. Ja, ja. Connector smoke. Ach, bitte ist der. Ach, bitte ist der. Ach, Mann, der hat nen Headshot mit da oben. Die haben einen Connector gesmockt, oder? Die haben einen Connector gesmockt, oder? Ich glaub, dann kommen die B noch mal. Na, du hast das. Alles, Mann. Oh, molliest du da überhaupt? Na, krass, wa? Ich find dir aber easy mal holen, Mann. Also. Ich hätt einfach drin stehen bleiben sollen. 2 aufm Spot. Hier, anders geholt. Legen. Geh kurz. Feu auch nicht kurz. Und Connector rechts. Ich kette. Ich kette. Ich kette. Ich kette. Ich kette. Geh durch. Ja, geht durch. Danke. Was war denn das von, was von das von Gottes Save? Das war nice. Koma. Mal unterziehend. Mal unterziehend. Wer? Ja, die rafft seine Skins halt auch ewig und nicht mehr. Kannst du einfach mal was auszahlen, du Idiot. Ja, juckt halt keine Skins. Der Shrek-Koi war alles Pflicht. Hä? Was für Jucken? Ich hab einen 2000-Dollar-Koi, den kannst du mir abtrainen, wenn du Bock hast. Ja, schnell gegen. Los, Stack, Stack. Feuermagier. Feuermagier-Stack, oder? Nein. Die raffen Save nicht. Ja, komm. So ne 5-Walt Pyramie. Ja. Dann checken die halt jede Runde. Bei mir ist ja gerade gar kein Feuer. Hä? Das Feuer-Bug bei mir. Doch, bei mir schon. Oh, komm. Die Save nicht. Mach ich drauf da. Raffli nicht, oder? Bleib stehen, nein. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Die haben uns nicht gesehen. Die haben uns nicht gesehen. Die sehen uns nicht. Die sehen uns nicht. Ja, kommst du ja alle? Scheiße. Die haben uns immer noch nicht gesehen. Die bleiben stehen, oder? Die bleiben stehen. Lass einfach hier stehen bleiben. Ja, ja. Hallo, Mann. Was ist hier los? Der Ausgleich halt. Ja, ja. Ich drück nur links. Leck. Ich fack nur von Erik. Was? Die haben noch nichts. Jaaaa! Was? 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 Feuer mag er. Sack ist es. Das ist der Save, Mann. Gott, so eine Scheiße, ey. Das klappt halt. Das ist auch wieder was für's VOD bei dem, Alter. Erik sticht mich einfach weg. Das war geil. Ich hab halt alle gemacht. Ich hab halt die alle gemacht, und unsere hab ich auch noch gemacht. Ich hab auch einen von euch angestommen. Ja, ich bin nicht bekannt. Hast du Stay gemacht? Ja. Ja. Kurzboost. Mit der IMB. Hat der Erik nicht aufs Spawn. Alter. Was sind das für Spawnen? Ich steh hier. Ich geh weh. Erik boostet mit dem Spawn. Das wird ja geil sein. Nee, ich geh lang. Ich booste dich. Ich booste dich. Du musst halt 1 AB gehen. Ja, ich geh schon. Ja, dann geh doch. Ich will uns gar nicht was. Ich steh hier halt lang schon drin. Warte aus. Bleib da. Kurz kann kommen. Lang. Keine Menschensäle. Keiner. Doch, einer aus Spawn. Oh, der hätt ich auch noch haben müssen. Noch einer lang. Mitte frei. Mit lang. Lower einer. Bei Lower einer lang. Bei Lower einer lang. Bei Lower einer lang. Eine Lower. Boah Brett. Lower noch. Kann man das Schüler wegwerfen, Alter. Irgendwelche Calls. Ich hab halt gecallt. Ja. Mit der Mitte frei gecallt. Ja. Mit der Mitte frei gecallt. Ja. Der Mitte war ja auch frei. Der war Lower. Mit dem CTE irgendwo. Seriösen Dudler, Alter. Eben zu seriös ab. Check mal richtig, CTE. Die schleichen bestimmt gerade hoch schon, also. Kurz. Kurz. Es ist A. Lang. Beide lang. One on one. Das war ja krass. Halt rein. Hau dich hin. Das war ja krass. Easy retake. Aber komm. Globale Elise. Gehst du nochmal lang oder da? Yeah. Ein Kitt. Kein Kitt. Da steht jetzt einfach kurz. Und Kitt. Da kommt der Kitt. Kommt der Kittpick. Kittpick. Tausend Euro in dem Jumper gibts. Boah. Das ist Schixi. Schixi ist krass. Normal Kurzboost. Ich rush mal Mitte hoch. Der war gerade Bottomfrager mit sieben Fracks. Schixi. Jetzt macht er dreine Pistole. High of the retry. Kurzboost willst du? Lass mal zu zweit kurz Mitte hoch. Der booste mich mal noch. Ja. Ich bin alleine B. Hallo. Ich bin alleine B. Die rushen B. Ich finde toll. Da hast du irgendeiner Pistole? Da oben Palme oder einer? Das möchte ich auch mal. Ah Palme steht. Die aemen ab. Lower. Und Finger finden lange zu bluten. Fuck. Xbox. Mann Alter. Bitte. Hallo. Ja ich bin halt Mittelspieler und bin alleine B. Das sieht ab. Kurz durch. Kurz durch. Kurz durch. Aber es hat keiner gesehen weil ich auch B geschoben bin. Und Erich kriegt dann halt auch B. Hast du eine Pistole gehabt Erich? Ja P250. Der hat aber Kante abgeaimt. Lower noch. Lower noch. Der hat die geplaut der Arsch. Vorher hat echt. Hä? Die blöden Flash Bank. Hä? Die habe ich auch trainiert die Flash. Boots durch alle. Mitte unten noch. Boots durch halt. Tritt die Smoke. Guckst du die Smoke an Alter das ist geil? Ich war mir halt nicht sicher ob die wirklich auf deruzelt diesmal ist. Es wird geschlossen. Oder? Ich krieg durch die Smoke. Ja boah sauer Mann. ich mach da vorher jetzt die bevise gib mal bitte im p2 tausender das hält ja nicht gott so ja aber da ist noch einer vorher das und mit der oben schon runter mittel schon unter kurz kurz weggegangen hier das xbox da war schon machte macht uns beide mann da war drin und schweiß timing schon treff aufgedacht er war ein punch safe noch lauer ich brauche dreimal dran und dieser scheiß waffe was kauft man wenn ich eine arwo ohne kevler mit den restlichen 500 noch am besten ich habe 100 pro zuerst geschossen und war drauf b kommt doch nicht low ich schieb jetzt seitdem in der mitte müsste einer haben ja ich hab zu wird die gesmoked werden wahrscheinlich kurz gehen lower ja kurz hoch da kommt mehr mann der ist immer noch t spawn mit raus schön freddy despawn noch die arwe despawn noch arwe kurz kurz einer low gegangen machst du a felix ich kann halt lange nicht decken aber mitte gibt noch arwe freddy des smoke mitte noch eine arwe mitte noch eine arwe b ist noch nicht raus doch 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 die machen tower geil einer raus einer raus ach mann ich dachte du aimst alter schnell felix hinter bigbox ach mann ich kann nicht nachladen also ich dachte du aimst ich hab rennet molo in der hand drauf ich dachte gut ja ne ich ich hatte für den schluss mehr mann die aimen schon wieder so ewig lange ab eins die eins ja aber ich hab halt komplett reingespray weil die da geboostet haben halt lass mal lang komplett reingasen er zieht eh am spawn ab wärs egal lass den holen cut a step da steht einer da steht einer die aim zu dritt vor lange ab die aim zu dritt vor lange ab das ist so behindert oh da ist auch ein headshot eric ich fick den der hat low macht den weg das ist schön 3-1-T-Base ah cut a step wir haben lower gesmoked x-box ein oh gott hier gibt 2 x-box aber x-box aber mann schon hoch kurz ja ah durch kurz 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 on spot ich werde nur ne pistole mal wie lang wird gelegt mann der hat nicht mehr viel gegen 3 wow felix ne lang 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 das ist richtig schlecht gerade er hat low jetzt man jetzt halt holen das ist einfach extrem def stehlen das nervt aber halt ja aber es ist halt können wir halt nicht anders gegen die spielen wenn die nur ab aimen ja dann sinnlos rein zu rennen jetzt können wir einfach mal reingehen und ich hole den ja cool alter blöse sache von ihm er war ja gesmoked ja war ja gesmoked braucht b vielleicht support wenn die rushen da unten gesmoked da unten gesmoked dauer steppt kathos ist safe rb ist safe die toten flash kurz war ne flash glaube ich xbox wir kommen wieder so spät ey so nervig alter ich gebe eben ja die ganze zeit ab ist a a molo mit unten mit unten flash city smoke schieb mal einer nach a von euch b ist nix kurz geht durch glaube ich mit unten 2 3 noch einer noch einer wir auch nur smoke wir auch nur smoke mit b b b ne 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 ich spiel noch nichts noch headstun noch rein ich bin ein alter das ist alter das ist er hat damit leben dass die so spielen jetzt so wir sind dann ja ich brauch nen job eigentlich ich kann farmers ich kann legen ich kann richtig gehen ja brauchst eigentlich gar nicht greennaden irgendwo so ah die werden nachher noch anfangs rushen ich glaub die könnten halt annappen kurz könnte schnell werden lang flash ne lang nade rein ich spiel lange auf und die flash ach man ich seh den ich palme gut jetzt unten flash ich kann kurz nicht ansagen ich hab nur mitte defensiv a spot kurz stepped mhm 2 mindestens lang flash oh fuck alter durch a street schieb mal nach a freddy warte die können schon kurz ziemlich weit vorne sein felix steht nur goose ja den hat aber auch nochmal komplett zurückschieben weil die das schon die ganze zeit machen und lower hat gesoomt alp machen bei 30 wieder irgendwann go zt mit der smog zt mit der smog ja noch kurz nex doch kurz einer gute nade ja kurz kommt kurz kommt safe vier stück durch paradox spot lang kurzen drei stück 20 sekunden und zwar zwei lass auf kugel gehen ne ne legen für kurz kein egg schön ne pistole paradox element element und kurz mann dann müssen wir eure mollys aufheben wenn die immer 30 sekunden vor schluss kommen dann halt die molly noch zimmern das ist unser erster bloß unser erster bloß das ist jedes mal am anfang ein first frag für die ja weiß er doch nicht wie das funktioniert keine ahnung ich brauche doch einen backup auf b ich glaube die kommen den halbdoppel bitte alp nade einfach mal in mitte ähm anstatt den smoke zu werfen oder so ja 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 ich mein ich mein halt in der bayern lauer steppt ruhig dauert zwei stück headshot einer lang mitte 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 Schade Felix Dauer war die Awe Noch ne Echo Einfach mal Molo kaufen Bis 30 Sekunden vor das Schloss Einfach nicht nehmen Überleg mal P250 Ich Schuhe Ich Habe Haube 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 Cutter Step Junge, dieser Wichster alter Oh Mit der Oben kämpft wieder ab wie immer und du rennst halt jede runde rein und wir haben eine eco was willst du darum abzielen da unten machst du auch nichts lang einer drin aber kann kurz kann durch ich hab kurz lang einer und gesmoged noch einer lang mit unten einer low hp bei der langhaus oder eben kannst alter lang also wenn du gehst bei der zweiten dor sucht den einfach umzuraschen oder so holen lüfte mir ein habe ich nicht hatte ich gehörte rein laufen gucken was sie machen halt auch die von mitte geholt ich bin safe machen ist ultra safe im pit ja glaube ich auch nicht er ist zu wohl bull ehh nade am besten in die dohr rein oder so ein smog hat ja dann habt ihr halt smog mehr danach eigentlich ich hab die 1 am nade konnte kurz werden du lakker einer war palme hat das naip weil die smore für mich hat das ja nicht von den palme lang kurz catwalk wird seiner durch natürlich die kommen eh noch lange nicht einer lauer hat mit und hat das zum ip noch kurz zwei kurz kommt und erzählt die smog habe ich ein habe ich ein da kann mit heraus irgendeiner sport felix mit raus damit daraus kurz kurz down das war der von kurzem seht ihr noch und b hochgehen eben noch erst mal ich habe lauer p ich warte auf euch wegen zwei ich habe meine smoke ich habe kein kit habe eine flash ich habe geht das einfach dort reingehen ich fläche einfach ich fläche hatte ich habe noch mal auf hier hinten für hat er es da und im eck und rechts zwiebel egal ich wusste nicht mal was gemeint ist ja wie willst du das ansagen heute? unter dem fenster ja so du bist du auch schon wieder down ja ja zwiebel eck ist natürlich die komitativere sache da ich kann einer legen, ich kriege einer ja er braucht noch mal anders oder? nehm du 7-0 nie lang man man muss nicht pre-nade die chillen wieder ab ja ich bin jetzt hier irgendwo close ha 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 Xbox. Bombe ist Mitte! Bombe ist Xbox. Kurz, Zap. Zwei. Einer, Lauer. Die Hände wie immer so vom Abziehen, ey. Mitte unten gedroppt, Xbox. Wieder Mitte. CT raus. CT Smoked mit der Flash. Nur blind. Sie haben nichts mit raus. Zwei, drei Stück zählt mit raus. Reagieren von A. Schön. Letzter ist Mitte irgendwo. Oder? Ne, doch nicht. Keine Ahnung wo der ist. Lower vielleicht. 20 Sekunden noch. Guter Mallow. Noch kurz stehen oder nicht? Ne, Felix kam von Mitte oben. Ich komme vom langen, aber das ist der. Der Speichert. Irgendwas. Liegen der AKs, ja, ne? Ja. Und der AWP auch. No, no. Na, einfach weggehen. Wir haben nicht viel Geld. Steckt ja die AWE. Ja. Jo. Ja. 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 nicht. Das smoke. Kommt wahrscheinlich. Ich bin nur Red, nur weiß. Ich, 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 ich. Ich hab auch nur Minimum 2. Einer am Autor. ammon war». Na, wartet noch. Vielleicht ist das on Need. Einer save am Auto. Katas! Springergrau. Autor, Autor. Katars. Eingang. Mann. Unter dem Fenster. L 있나? Ich kann da nicht auf B drauf. Ach das geht. Ja. Ich kann mit AB nur einen machen, wenn die drauf rennen halt. Geh mal zauen oder so Erik dann, das ist von den Flashes nicht voll Losgestanden Erik wahrscheinlich Ich weiß nicht, ich stehe in der Big Box, ich hab halt direkt Tech9 kassiert Kurz Lang 2 Mit einer down Lang 2 Also zieh Katas ab Ich geh kurz Mit hab ich ne AWP geholt gerade Na Katas, mock dir irgendwie Kurz oder lauer Die wollen mit was Mitte kommt wieder raus Nein, zwei kurz Nein, so ein Timepech, Mann Ey, hörst du die nicht? Ja, der war schon rum Ja, der war schon rum Ey, vorher schon gehört Komplett durch Komplett durch Ja, schon durch Das ist so ein Witz Schon drauf gleich Der Erik könnte halt noch versuchen, eine Waffe zu ziehen irgendwo Ja Ja, keine Ahnung Ja, ne, keine Ahnung Das geht Ja, ich bin ja Ja, ich bin ja Ja, ich bin ja Ja, ich bin ja Wir pushen halt immer. Wir pushen nie. Ich glaube, die haben wieder Mitte-Kontrolle. Einer war lower. Ja, lower. Lower A war. Gut, ähm, ja, Mitte. Ist. Versuch eine A, aber ich glaube, hinter Xbox. Die wollen Mitte wieder raus. Bleib du, Felix. Bleib du oben. B kommt auch. Mit raus. Ja, B kommt. Ja, B kommt durch. B schon raus. Man, ich hätte nur einen. Zwei B-Nuddle. Zwei B-Nuddle, nicht komplett. Zoom, halt an. Noch nicht durch, noch nicht durch. Einer schon Spot. Warte mal, warte mal. Auto. Auto, egg. Und zauern war der andere. Als zweiter Skid. Warum kannst du da nicht warten, Felix? Der war ja schon drin, da. Standst du noch? Ja, der kam Molo, da war ja schon drin, da war ich full, da war ich down. Das ist aber auch krass, ehrlich. Ich stehe auf Spot und krieg halt drei Models. Die Mache seid extra auf. Dann wär's. Hast du nur Flash? Ja. Kannst du mal lang rausflashen? Warte, warte. Ja, komm. Jetzt. Lower ist viel. Schon mit da unten. Ich hole mal hier. Bitte. Kurz step. Da hätten wir das nicht viel verschwenden müssen. Ich zieh gleich rum, Lower. Jetzt. Der ist wieder rein. So ein Arsch. Geh mal B wieder. Hier ist wieder Trepp hoch. A, Alter. Einer auf Lower, Minimum. Lang zoomt ne A, aber. Ja, einer auch noch A, zieht ab. Nein, das ist einfach chillen. Bleib her. Kannst du mal mit B gehen? Ja. Die wollen gleich eh wieder ihren Scheiß mit der Split machen. B kam schon in Smokes und, äh, Flash ist man nicht. Mitte unten? Ja, Mitte unten. Die machen Selfie in Split gleich wieder. Ups. Lamp Flash. Scheiß, Max, das ist ein Witz. Ohne Witz. Das ist ein Witz, diese Waffe. Zwei lang. Meter vor dem, Alter. Da war noch einer Mitte. Hallo. Pass mal lang auf. Zwei lang durch. Lang durch, lang durch. Ja, ist schon lange angesagt. Mann, wo denn? Mitte oben. Alter. Mitte oben rechts, glaube ich. Oder das Spawn? Nee, der war Palme. Ja, der war der letzte Runde. 18 Sekunden vor Schluss der Runde. Nee, es geht auch nichts rein, Mann. Shark System. Ja, die ich gerade auch mit Backstab mit so einem, aus einem halben Meter. Ein anderes Plateau. Lang, hast du mal noch. Ein Schuss. Einen Schuss. Ich für dich. Der müsste low sein. Ich für dich kitte durch. Einfach kittin durch, bitte. Oh und runter. Der bringt jetzt. Ja, das bringt's hoch. Und tot. Boah, das war's. Drei Runden. Nee, vier. Ja. Der Pistole ist ja dann gewonnen. Äh. Wir müssen auch unbedingt Pistole gewinnen. Wie führt jede Runde einfach mit da raus? Ready machen. Ja, die kommen halt echt mal mit raus. Hätten da mal doppeln müssen. Wenn wir gut für lang stehen, lass lang raus, dann können wir die Smoke machen da. Ich glaube der Schicks hier hatte echt sieben Frags auf dem Mirage gerade. Schon live oder kommt da noch nicht satt? Live. Fuck, ihr hattest den Kacke. Kass ab, ey. Oder? Kaufen den Smoke. Lass nix schnelles machen. Lass mal ein B-Split oder irgend sowas machen. Oder? Ja. Ich wollte kurz warten, ob die vielleicht pushen oder so. Die doch nicht. Felix, nimm mal die... Warte mal. Nimm mal die Bombe. B schon mal kein Kevler. Lass B-Split machen. Ich geh dann Cutters. Die drei mit... Also die zwei, die Mitte sind in die Mitte mit. Ich hab keine Mitte Smoke. Ja, ich hab eine. Hier drei Mitte jetzt, ja? Ja. Ja, drei Mitte. Smoker? Ich flash da einmal. Cold, wenn wir B fahren sollen, dann. Und go. Lass erst mal mit raus. Ja, Plateau hinten, das ist Kacke. Okay, ihr könnt jetzt, könnt ihr raus. Der steht da raus, wir haben jetzt schon Kontakt jetzt. Seid ihr hoch, der ist Plateau. Jetzt, jetzt, komm, jetzt, komm, jetzt, komm, komm. Plateau, Plateau noch. Lass du ganz sitzen. Schön, nice. Ich bleib Cutters. Steht ihr raus. Mann, zwei, zwei Meter. Das Safe machen wir jetzt. End mal, end mal, schläg. Cutters ist safe. Ehmt ihr ab, Tür. Und noch. Ich hab... Tür, Tür, kommt rein. Nochmal, Tür. Noch einer Tür. Cutters war keiner. Wann mal ein Tour. Ich hab... Ich guck, Tür. Die müssen arbeiten. Cutters, einer. Anderes VB. Letzteres VB. Loch. Tür war der Grad. Ja, Tür rein. No, es geht nichts rein. Bleib einfach safe. Loch, rein, Loch. Hinter zweierkiste. Doppelkiste. Einfach spielen. Nein, das ist so krebsig, Alter. Holy shit. Ich hab's ultra safe und seriös gespielt. Aber war doch okay. Mach mal langer aus, Bardocks. Ich smog die Kante. Direkt raus. War nicht optimal, aber die liegt's. Einer blieb mindestens. Ich muss immer aus dem Mauch checken, dann noch. Träge. Onspot. Erste Box. Zweite Box ist der jetzt. Komm durch, bevor die flashen. Lang von hinten einer. Go. Hast du den? Element muss stirn, der hat da geblankt. Seht die links, seht die links. Seht die down. Gehen rein, Alter. Gelb, gehen wir wieder Richtung A. Einer muss sich hier irgendwie haben. Mit unten, zwei Stück mit unten. Ich nade einmal, Tür rein. Letzter Mitte noch, oder? Mitte unten, enttüren. Nice. So einer CZ spielen? Ja, bist du 5-7? Nee, scheiß drauf. Mach mal B, mach mal B. Erik, kannst du die Bombe noch holen? Ich scout wieder rein. Geh mal hier lang, Paradox. Wo lang? Links? Achso, ja. Ich swank nochmal lang für Fake. Keiner B, keiner B, einer B, drei B, drei B. Abbrechen, abbrechen. Nee, einer, zwei, zwei, ihr könnt, also, der eine hat noch mal Mitte gefasst. Na, einer hat noch mal Mitte gefasst. Zwei von B. Pass mal kurz durch einfach. Einer wieder zurück, Richtung ZDBS. Ich flash einmal kurz jetzt gleich, warte. Ich flash jetzt. Zwei Quartz, der gibt mir voll blind, Mann. Mitte unten, Mitte unten, Mitte unten. Kurz, noch einer, noch einer, kurz. Kurz durch, komm, kurz durch. Einer ZD, ich bleib mit unten. ZDBS. Fuck, der rafft mich, glaube ich. Ich will kurz legen. Ähm. ZDBS. ZDBS ein bisschen einfach. Nö, du. Dann kann er da auch noch stehen, ne? Ja. Ich hab geguckt, aber da ist nichts. ZDBS. Die Waffe kann er nicht haben. Die liegt. Headwalk. Äh, hier. Kurz. Push on da rein. Ich hab so'n Englisch. Zählt hier ein? Ja, B ist oder B noch, oder? Ja, das ist so weird. Ja, wann hab ich dem denn gegeben? Ich kann dir ne 90 legen, Felix. Ich kauf mir Arbe jetzt. Bist du? Ich leg AK für einen für euch. Ich kauf Arbe. Auch. Er hat mir die AK. Ich kauf mir gerade. Okay. Können auch mal Richtung B. Ich hole einen. Ja, lass nochmal B-Split machen, oder so. Mist. Smog. Keine Ahnung, wie viel durchsind. Abgesmoged, B. Warte mal, ich will mal was holen. Warte mal noch, wir sind noch abgesmoged hier oben. Äh, kannst du lang aim in, Felix? Ja, ich stell' dich nicht hervor. Hier oben, Mitte oben. Ich fahr' kein Big Box ab. Erstmal jetzt smoke. Ja, ich smoke. Und ich flash einmal raus. Und raus, jetzt kommt's. Raus, links, Schenk. Schön, sehr schön. Links da. ZTWs. Auto, 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 Auto. Hinter Auto. Ja, die Flashlauch raus. Aufmerksam. Sorry, seid schon. Sorry, sorry, sorry. Wir flashen CT tief. In der Smoke. CT ist einer. Mann, in der Smoke. Hä? Nein. Wer jumpt denn da so durch? Hätten. Nochmal B, oder? Ich hab, gib mal, ich bin reinges, lass' B. Du hast langs fahren. Mobui. Ja, stimmt, ich gelang. Probier B, wenn die Ups mogen, dann geh' ich zurück. Die haben keine, die haben keinen Geld, oder? Oder scheiß drauf, die haben eh nicht viel Geld. Lass' ich halt lieber an. Ich kauf' ne McClane. Ja, ich halte da auch mit an. Lass' uns B, lass' uns B. Ja. Keine Ahnung, wie viele wieder. Ich bleib mal nach Mitte. Ich weiß nicht, ob wir drauf gehen. Ich weiß nicht, ob wir drauf gehen. Ich weiß nicht, ob wir drauf gehen sollten. Die haben lange genadedet, also ist kein Stack. So. Wo war einer? Schneide Loch. 3, 2, 1. Schneide Stunt. Geht aus. Dick Standard. Oh, spawn einer. Ich hab's auch noch gehabt. Der wird meine Aros holen am Spawn. Geht raus, gibt mir wieder einen One-Shot. Ja, rennt er nicht mal rein, Mann. Backbox. Backbox. Ja, ihr rennt alle rein. Klau schon, oder? Ich hab' ne McTen. Der andere wird die Aros saven. Der ist spawn gewesen. Der unten hat die P90 wahrscheinlich. Überlebe ich hier irgendwo auf dem B-Spot? Ne. Also doch. Ich glaub, wenn du hinten in die andere Ecke... Flash nochmal gegen die Smartflash. Obwohl, ich glaub, du kannst sogar überleben. Ja, die liegt ganz vorne. Da kannst du überleben. Eventuell. Einen HP. Neu. Ich glaub, beim Auto auf der anderen Seite da, in diesem Eck da, kannst du auch überleben. Ja. Kommt halt drauf an, wo die Bombe, glaub ich, gelegt ist, oder? Ja. Jetzt mal vielleicht Richtung Kurz was machen. Ich kann Xbox-Mode. Jo. Du willst ja nur dreimal B-Gänger. Nehmen wir das noch kurz ab. Xbox-Mode liegt. Flash mal vor kurz. Legt ihr schon? Ja. Ja, ja. Flash kurz vor. Ich bleib auch mal wie so'n dreckiger Hunt-Base und hol die Verschieber. Flash einmal als Spot. Kurz ist keiner. Hey, das Spot. Das sich Lang alleine lernt, ne? Ja, ich bin Spar. Ich will die Verschieber. Lang einer? Die könnte schon noch sein. Lang ist auf jeden Fall noch einer. Soll ich für Lang legen oder für Kurz? Leg einfach. Äh, Pit, Pit, Pit AWP. Warte einfach kurz. Anders noch CT. Hey, Kurz ist unser Mate. Zwei CT. Fuck. Kurz kann nicht kommen. Kurz hab ich. Jetzt müsste noch die Awe stehen. Ja, der ist lang. Zwei CT, zwei CT. Liegt für kurz jetzt schön. Ich hab noch Molo, warte. Call, wenn irgendwas ist. Unspot bestimmt. Warum liegt für kurz? Ich weiß nicht. Ah, liegt an der Box. Der kann nicht durchbissen. Doch, der kittet. Der ist verbrannt, der ist verbrannt. Der ist down, der ist down. Ich hab das ultra reingedaddelt noch. Felix, du möchtest nicht fassen, Mann. Du musst halt nicht fassen, Mann. Du musst halt nicht fassen, Mann. Ich brauch Awe. Ich leg dir Awe. Wir können aber lang fahren, eigentlich. Ich hab Langspawn. Ich guck mal, ob ich mit Awe einhole. Ja, ich fahr mit. Ich versuch zu smoken dann direkt. Brauchst halt jetzt nicht... Ja, die wird noch nicht liegen, bevor du da bist. Ich komm Lang mit dann. Kurz vielleicht auf. Schön, komm Lang mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Warte noch nicht. Hinter der Smog kann halt noch stehen, Lang. Versuch, Auto abzubrennen. Das ist down. Auto, der weg liegt nicht. Ich hab Lang von hinten. Ich schieb jetzt auch Richtung Spot. Zu euch. Oder warte mal, ich... Wer ist gelb von euch? Wo? Wer schießt ihr? Felix. Ich hab einfach mal die Smog geschaut. Komm zu dir, Felix. CT ist keiner. Ich glaub, die speichern schon. Kann Kurtz einer stehen? Ja. Ich glaub, die speichern schon. Keiner hat CT. Trotzdem war noch die Smog nicht, dass der Urkina noch mal steht. Kurz ist komplett frei. Komm, nix mehr. CT auch frei. Vielleicht kommen sie über T-Base nochmal geschaut. Komm mit dir mit. Free frag. Das ist schon Basel. Die campen hier im UfB. Könnte von Lang auch schon stehen, irgendwo. Ich... Lang auch. Gott. Plattor? Ja, einer B. Vor Cutters im Eck. Plattor hinten, Plattor hinten. Ja, unter dem Fenster auch. Ganz hinten im Eck. Ganz hinten im Plattor auch noch. Nice. Schön, Felix. Braucht nochmal Awe bitte? Ja, ich kann dir legen. Leg dir eine. Ja. Steht wieder für lang, oder? Okay. Eke und ich haben einen Tops vor. Ja, die machen Pause. Taktische Pause, weil... Vielleicht kann euch dann nochmal die Kante da machen. Haustüre. Türe. Na gut, ich trinke auch mal was. Wollt ihr dann raus? Ja. Dann mache ich Kante es mal. Da wollen sie sich nicht aufliegen lassen, dass das eigentlich eine taktische Pause ist. Sondern das ist die Tür auch. Besprechung. Nicht witzig. Ja, die sind richtig. Wir müssen auch, ne? Sind alle da? Ja. 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 Ja, macht euch aus da. Einfach mal ein bisschen chatten da, aber... Ja, die sind richtig. Irrige. Ist böse auf dich, Freddy. Der gibt jetzt einen Shot. Ja, der macht nichts. Und rein in das Eck. Liegt instant die Smoke, das sieht geil. Clash euch auch nochmal raus. Und rum. Was geht hier? Kann. Ja, okay. Einer noch Mitte unten. Molli Auto. Da ist einer. Da ist glaube ich einer Auto. Auto ist nichts, ne? Sicher? Ja, ist nichts. Einer ist wieder... Oh! Mitte pusht hoch, Alter. Ich versche mal die Smoke. Ich werf die Bombe auf den Spot. Blau, kannst du linken? Werf mal. Nick drauf, ich geh lang zu Porten. Ich leg für lang. Ich hab lang, safe. Ich ziehe kurz. Pippi. Oh, schön. Bomm liegt komplett für lang. Ganz an der Kante links. Ich smoke kurz. Seht hier sonst keiner. Ich geh lang, wenn der Blatt. Ja. Wo steht's unter dem Blauen, Felix? Kurz, kurz Step. Ja. Kurz. Fails mal nicht. Wenn die durchkommen, hab ich die. Einer von denen hat eine Awe. Ich weiß nicht, wer das war. Wenn wir da speichern, glaube ich. Wird gehen, wenn wir den auch killen können mit der Awe. Ja. Hier schon mal handeln. Der T-Best ab, eh. 100% Oh, hab ich da einen gettet? Ich hätt da Blut gesehen, Mitte unten rechts. Äh, er ist da noch. Lol, da war echt einer. WTF? Ja. B wahrscheinlich wieder oder T-Spawn. S. Ja, ich geh noch. Der ist bestimmt hier CT-Rampe. Äh, T-Rampe. Keine Ahnung, oder? Nee, B, B, B. Wollt ihr B fahren oder was? Die hatten gerade... Außer mit die, außer mit die Smaller. Die haben nicht viel, oder? Die hatten gerade. Die hatten gerade. Aber Freddy und ich holen jetzt einen safe. Außerdem haben die Loser-Bonus des unendlichen Zwangs. Ja. Toll. WTF? Ich schaff's den Giff-Bong nicht, äh. Ich aim wieder lang ab, Freddy. Vielleicht pushen die wieder. Ja, ich bin schon, ich bin schon Richtung B mit unterwegs. Ja. Ach, scheiß, ich hab Bombe. Fuck. Ja, lass mal zurück. Lass mal... Lass mal nochmal ein B-Split machen, oder? Ja. Warte, Mathe, ich komm, ich komm, Katas noch, wartet noch, bevor ihr geht. Kommt jemand mit mir mit? Mitte oben. Ja, jemand mit AKs, ich hab, ich hab Awe, Katas. Am besten zwei Leute noch mit, oder so. Ja, gelb, eh, auch mal, Katas. Gelb und orange. Hallo. Immer noch einer AK mit mit. Von lang könnte halt jetzt schon kommen. Das ist richtig eklig. Schock mal raus, einfach. Smock raus. Okay. Was machen jetzt? Flash einmal close. In das Tor, aber... Da fällst keiner rein, Katas. CTBS. Bin blind. Schau dir raus, schau dir raus. Ja, wir sind jetzt raus. Irgendwann spot oder so. Spot auf der Gäste, spot auf der Gäste. Mann, die boosten auf der CTBS. Hallo. Ich dachte, Base aimt. Hä, auf welcher Gäste denn? Wenn er auf der Doppelgäste da ist. Mann, ich dachte, rechts close, war der. Spot auf der Gäste hat. Spot hab ich nicht gehabt. Mann, die Smockflashen oder so. Das hätten halt einfach... Ich wollte halt, dass eine AK noch mit Mitte unten geht. Ja. Mit der Awe bin ich jetzt sinnlos, aber von... Ich geh halt halt Bomben da, Alter. Ich geh halt nicht. Den legt die Bomben halt hin, Alter. Ja, Mann, ey. Was ist in dritten Mitte? Ja, aber mit der Awe ist halt... ...schissen. Geil. Bin die lang eigentlich off? Lassen wir jetzt die Runde gewinnen und haben die Result. Oder was? Ja, das war eigentlich gut, Alter. Der linker Kante smoked. Der linker Kante smoked. Und einer ist Pit wahrscheinlich. Komm, raus, raus, raus. Einer Pit wahrscheinlich. Ich hab Pit. Vielleicht Klaus rechts. Nadel, ein Mal rein. Klaus rechts nicht. Pit ist frei. Auch City. Auto kann nichts sein, oder? Doch, kann sein. Nadel, einmal CT. Einer, Zweierkisse. Auto frei. Zweierkisse, glaub ich, war. Down. CT. CT. Ich bleib lang. Ich tapp mich einfach raus. Lebst noch kurz? Ja, das ist vorbei. Einer, kurz rennen, aber dann lege ich mir lang. Flash kurz, flash kurz. Ja. Lange safe. Hat einer CT? Ja, ich hab CT. Lickt für lang, geht lang, komm. Ja, ich geh auch noch. Genau, einer mit lang. Paradox, genau. Ja, komm, komm, ja. Müssen wir noch CT haben, ich halte kurz. Ich aim lang in die DOS. So wie die Spielen, wenn die wieder speichern. Geht mal Hand, ist schon einer. Wie viele AWP's haben wir jetzt? Ich will meine AWP nicht verlieren, wir haben kein Geld. AWP's haben wir? Die haben jetzt halt Money Reset, das müsste jetzt halt mal irgendwie... Ja, das war halt gut eigentlich jetzt. Die werden dann eh nochmal forsen, wenn die... Ja, ich hol meine AK wieder, weil ich keine drei AWP's spielen will. Trainer B, oder so. Ja, lang kommen wir problemlos halt durch, immer. Die haben nur einen lang. Der ist zufrieden. Wir haben jetzt Force-Spy wahrscheinlich. Jo. Das lang rausrushen. Ja, ich smoke, Hunter wieder. Wir haben wenig Geld und zwei Waffen, also... Du musst direkt mit Felix dann. Ja, die werden forsen. Ja, ich komm mit. Wir smoke für euch. Die Runde ist jetzt extrem wichtig. Bist du mal für euch? 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 Ahnung. Der smoke vielleicht. Oben drauf, oben drauf, oben drauf. Noch einer, das war der nicht. Shifty war da auch. CT und Spot. CT und Spot. Freddy, ich komm kurz. Geh durch, geh durch, geh durch. Die haben Full-Focus auf lang, glaub ich. Schöne? Element, zwei Element, zwei Element. Wollen wir zurückgehen, oder was? Geh zurück, gebt, gebt, gebt. Zwei wollen Element. CT-Step, oder? Komplett über T-Spot. Du musst da ein bisschen mit da rein, ebenfalls sie dann schieben, damit die dann schwimmen. Ja, ja. Mein Kurschen. Aber einer könnte noch B sein, aber nicht. Ja. Sehr viel U-Law-Appe. Sehr viel U-Law-Appe. Ja, halt den Winkel verlieren. Ich hab' den weg. Oh, je, je. U-Law-Appe. Der geht zusammen B drauf, einfach. Das ist höchstens A. Ich hab' noch ne Flash. Achtung. Flasch dich raus. Das ist einer. Big Boss, ist doch schöner Flag. Das war der. Smoke mal door. Smoke du bitte door. Der hat keine. Nur du, nur B-Fordox. Ich komm' über Cutters. Ich komm' über Cutters. Ich komm' über Cutters. Ich komm' über Cutters. Um liegt Standard. Dann smoke so Potter. Bleib, bleib Cutters, Freddy. Für dich. Mach' ganz clever Spot. Cutters ist safe. Brauche ich ihn nicht gut. Gut. B, Elkartban ist perfekt. Hier steht gut, hier steht richtig gut. Beide vor door. Bei dir Freddy. Safe call bre detached. Coleven left. Spot. Bort. Brauch' nicht fest, Freddy. defin saw me. един sort. формend haben ihn nicht schlecht zusammen, ich komm' also perfekt zusammen herum und so. Ich brauche aber. Ich kann nicht skulle Türke. Ich kann auch nicht naken, aber ich kann ultra legen. Ja, was wollt' ihr? Hinter dir? Ah fuck. Edgar, dass geht statt. ist egal. Brauchst du eine Pistole? Ne, hast du. Ne, hab ich. Lass mal lang raus, Eric, oder? Jo. 2B, 1 up, vielleicht hit. Mit Circus Smoke, down. Können die lower? Ja, die können lower. Flasch lang, Hunter, vorsichtig. 100%iger, einer lower. Ich kann mich extrem def, T-spawn einfach. Wir haben nicht viel Geld. Hunter, sit down. Nice. Bleib einfach T-spawn. Ich kann nicht vor, ich mach halt mein Team. Das ist ein Element, Element, Element. Ja, ich bin weiß, ich bin weiß. Keine Ahnung, ich lass. Kurz, kurz und Element. Hatte ich immer kurz. Bist lang irgendwo was? Dann sind wir, die sind Spot und Element. Dann Spot naden. Wartet mal noch auf Bardocks. Spot, lower P. Double-Nade, Double-Nade, überkannte. Ach man, Gott, die Awe. Element. Schön, on one. Jetzt ist der lang oder wo? Mitte ist der lang. Ne, 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 das war der Spot. Ich mein CT, grad bei Felix Kreuzer. CT wahrscheinlich, ja. Ne, VB. Ach man. Der ist Mitte unten. Und hoch. Da war er, fuck. Und warten. Vielleicht guck, der T-Bass. Oder doch nicht. Für kurze Dinge bist du safe. Nein, ne, ich geh safe. Bleib mir drauf Spot. Man muss halt nur kommen lassen. Alter, wieso? Ich wär keinen Bock, dass der Cookie macht. Fahrer doch nicht. Let's go it. Chill. Man, Alter, den hab ich echt angehettet, den Arsch. Die haben jetzt absolut kein Geld. Die werden nochmal Ultra Reinforce. Ich fahr B mit der A. 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 Dann, Freddy, gib mal Bombe. Ich halt Mitte drin. Ne, ich fahre die nicht. Ich renne mit auf in der A. Ja, what's go. Du musst mal aufpassen. Klar könnte theoretisch rein. Ich lösche. Ich bin nur blind. Ich bin nur blind. Blind. Oh, lower P. Ne, die Loch. Bin nur blind. Oh, lower P. Oh, drei B, ich kann noch nicht legen. dass man das ist einer schweige schon 22 etwa loch bitte stehen eben gibt es meine achst du ganz einfach zählt ihn nicht der kam katastrophen I'm going for the Jansnape Das war also unser vorletztes Game in der laufenden Saison Ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs haben wir ein bisschen unterschätzt von Jumpscare eSports Die davor ja erst 2 von 8 Maps gewinnen konnten Wir hatten uns also überhaupt nicht auf dieses Game vorbereitet Die haben dann aber doch ganz gut gegengehittet Aber dennoch trotzdem am Ende als Siege rausgegangen Deswegen ist es okay Und damit verbleibt nur noch ein Match, was kommenden Sonntag stattfinden wird Und das ist gegen die Ponyreiter, die hier auf dem letzten Rand platziert sind Wir sind schon durch, Platz 1 ist safe Wir kommen damit in die Relegation für die 3. Liga Das wird dann auch noch kommen Und ja, ich hoffe das Game hat euch gefallen Und wir sehen uns im nächsten Video Haut rein! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal.